Hallo Leute da draußen, mein Name ist Tony R. und ich bin hier gerade direkt bei Catch a Fire. Und wir halten das Licht hoch und deswegen müsst ihr eine bestimmte Sache unterstützen. Das liegt mir auch sehr am Herzen, weil wir leben hier in einer wundervollen Welt, voller Überfluss. Wir gehen an den Wasserhahn, es kommt sauberes Wasser raus. Wir haben irgendwie Magenschmerzen, wir gehen zum Arzt, werden behandelt. Aber leider ist es nicht in allen Teilen der Erde so, wie ihr wisst. Und da gibt es ein Projekt und Thea Queen of Light macht ein Projekt, das heißt Light for Tomorrow. Und das solltet ihr auf jeden Fall unterstützen, in welcher Form auch immer. So Leute muss man supporten und ich bin froh, dass es solche Leute gibt, die solche Projekte auf die Beine stellen. Und ich supporte das auf jeden Fall. Macht das auch. Danke. Peace.